So Sache, Schätzchen, mach keine Metzchen, komm ins Bettchen, rauch mal noch ein Zigarettchen. So zum Beispiel, das ist schwer gefummelt. Nicht so machen, das ist erst recht unheimlich gefummelt. Verflixt, ich hab ganz klar gefummelt. Fummler. Pseudophilosophie, das ist eine verdammt ernste Sache. Das ist eigentlich mehr eine Wissenschaft. Das muss man lange trainieren. Das Wichtigste bei der Pseudophilosophie ist, dass am Schluss nichts dabei rauskommt.